jo leute und willkommen zurück zu neck 2 beim letzten mal sind wir hier stehen geblieben und ja weiter geht es let's go komm her tschüss 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 china sie nimmt einen anderen weg wir nähern uns sein dass truppen aus verschiedenen richtungen so so Ah Punkte, sehr schön. Das sind wohl die Nachzüge, der Rest von Senders Armee muss bereits im Krater sein. Die Nachzüge. Zander hat das Artefakt. Er packt es in einer Art Maschine. Was macht er denn? Genau das wollte ich dir doch sagen. Diese Maschine war der letzte Teil von Jureks Plan. Er konnte sie nie benutzen, aber sie soll die Roboter stärker machen. Stärker machen? Wie? Hat Zander nicht gesagt? Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Lucas! Ich weiß, ich hätte Zander nicht vertrauen sollen. Aber hast du dich denn nie in jemandem geirrt? Doch. Wenn ich nächstes Mal wem vertraue, werde ich viel vorsichtiger sein. Wir müssen runter. Schnell! Bin direkt hinter dir. Wird nicht leicht runter zu kommen. Hm. Let's go. Das war blöd. Ah. Geschafft. Das war. Das war. Das war. Yeah. Das war. Das war. Die wir gleich einsetzen würden. Erstmal die Kiste öffnen. ein weiterer aqua relikt cool sehr sehr cool so dann wollen wir mal die beiden fähigkeitspunkte einsetzen und wir holen uns beim sprung tritt die höhere angriffsgeschwindigkeit würde ich sagen ja let's go scheiße na mo what the fuck so 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 nein Oh, geschafft. Egal, wie sehr diese Roboter sich aufladen, Nick ist stärker. Und Katrina hilft uns auch. Unfassbar, dass Sam dann glaubt, er könnte gewinnen. Oh, Gott schesse. Jao. Oh, schon wieder. So, so, scheiße, scheiße, Mann, fuck. So, so, so. Ich wusste, dass ich jetzt im... Yo. Alter, willst du mich verarschen? Yo. Alter. So, so. Nein. Alter, willst du mich verarschen? Yo. Oh, mein Gott. Ja, nee, ist klar. Alter. Jao. Alter. Ey. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Alter, hallo. Yo. Ey, ich hab's geschafft. Oh, Mann, ey. Das geht doch. Oh, Mann, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, geschafft. So. Und so. Geht doch. Yo. Alter. Warte mal, oben geht's noch lang. Da oben ist nämlich was. Yo. Alter. Hm. Jawohl, es geht doch. Eine weitere Kiste. Mit einem weiteren Topaz-Relikt. Cool. Sehr, sehr cool. So. 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 Alter, wie lang genug hier, ey? Nein, fuck. Nein! Oh mein Gott, fuck. Jawohl. Haben sie geschafft. Ich gehe rüber. Ich gehe rüber. Jawohl. Haben wir. Oh. 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 Das war's. Kapitel 12 von 2. Ein unbezwingbarer Gegner. Alles klar. Nicht gut. Selbst Katrinas Sicherheitsroboter richten nichts gegen sie aus. Das ist nicht gut. Wir sollten jetzt abhauen. Das sollten wir. Oh fuck. So. Eine weitere Kiste. Mit einem weiteren Rubin Relikt. Cool. Sehr. Sehr. Cool. Ja. Upsala. So. Machen wir's einfach so. So. Das kann doch nicht sein. Wenn ein Felsbrocken die Dinger nicht klein kriegt, was dann? So. Tschüss. Autsch. 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 Spr și oi. Iși. Ich muss wieder da ans Wasser stoßen. Und Tuesday. Mehr Roboter laden sich auf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mir gefällt das auch nicht, Ryder. Mir gefällt das auch nicht. Weil ich doch nicht aufkomme. Jetzt komm und lass dich hauen, du Scheldrauber zu, Alter. Alter. Wir machen das halt so. Sack. Oh Gott. Scheiße. Scheiße. So. Haben wir. Schon direkt der nächste Kiste. Sehr cool. Du hast ein Geräteteil erhalten. Kombozähler. Cool. Sehr, sehr cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir noch Teile bekommen. Ich hoffe es. Weil, die letzten Kisten, die wir jetzt geöffnet haben, waren ja wirklich nur Relikte. Probinerelicht. Äh, Topaz-Relikt und so weiter. So, weg mit dir. Oh Gott. Verdammt. 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 Weg mit dir. Oh Gott. So. Und geschafft. Jawohl. Sehr schön. Ähm. Ähm. Und direkt die nächste Kiste. Jawohl. Und mit einem weiteren Aqua Relikt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So. Okay. Oh Gott. Zwei. So. Weg mit dir. Jetzt bist du drin, mein Freund. Und weg mit dir. Ui. So. So. Zendrin hat es wirklich ernst. Die Teile sind ganz schön fies. Wir sind zu spät. Er lädt die Titanen auf. Da. Katrina hat Schwierigkeiten. Wir müssen ihr helfen. Okay. Dann mal los. Meg. Warte. Ich habe geschworen, diese Karte niemals Fremden zu zeigen. Aber genau das brauchst du, um Sender zu besiegen. Oh yeah. Merkers, kurz. Schnapp ihn dir. Schon viel besser. Oh yeah. Kapitel 12 von 3. Neue Moves. Jetzt können wir die besiegen. Klasse. Jawohl, Alter. Kommt nur her, ihr scheiß Roboter. Ich mache euch alle kalt. Genau so wird's gemacht. Nein, ich bin nicht gefangen. Alter. Oh mein Gott. 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 So, der eine ist weg. Und jetzt kommt der andere. Komm her, du Scheiß Roboter, Alter. Sag, weg zu dir. Die neuen Moves sind mega cool. Und das fand ich so cool. So, geht doch. Nein. Ich hang fast. Ich hing fest. Ich hing fest. Verdammt. So, jetzt nochmal klemm machen. Und zack. So. Puh. Puh. So, jetzt kommt der eine weg. Sehr schön. Und der andere. Zack. Ah, komm her, du Scheiß Roboter. Das macht dich knapp, mein Freund. Ha. Neck, warte. Was immer Sender hier vorhatte, er hat's geschafft. Glaubst du, wo er hin will? Es muss New Haven sein. Tut mir leid, Lukas. Dann müssen wir zuerst dort ankommen. Wir müssen Sender aufhalten. Zuerst Katrina, dann Sender. Zack. Und zack. Freunde, ich denke, wir sind fast am Ende, ey. Wenn es das nächste Mal gespeichert ist, würde ich dann sagen, wir machen dann beim nächsten Mal dann weiter. Okay. Ach. Oh yeah, das nächste Aquarelict. Cool. Sehr, sehr cool. Autsch. Weg mit dir. Autsch. Der Roboter ist gerade von ihm selber runtergefallen. Loser. Loser. Und die nächste Küste. Mit einem weiteren Rubin Relikt. Sehr cool. Ja. 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 Ja.